In diesem Video zeige ich dir wie du easy peasy Rigid Bodies für deine Animationen nutzen kannst, im Blender. Los geht's! Als erstes erstellen wir eine Plane als Unterlage. Dann gehen wir rechts schon in die Physik. Rigid Body anklicken und den Typ auf Passiv umstellen. Das war schon mal für die Plane. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mal beim Cube. Und zwar wird der Typ dann auf Aktiv gestellt. Dieses kannst du nach belieben mehrmals kopieren, verstellt, ändern. Und damit es ein bisschen mehr Spass macht, holen wir uns noch eine Sphäre. Die tun wir noch einmal Shades Moven. Und dann nochmal in die Physik, Rigid Body, den Typ wieder auf Aktiv und diesmal noch einen Haken bei Animated setzen. Jetzt musst du nur noch die Sphäre animieren und voila! Easy peasy, Rigid Body Animation. END END LED END 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017